Ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's Markus von Fotogotschalk und wenn du meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt hast, wirst du sicher festgestellt haben, dass jeden Mittwoch um 17 Uhr ein neues Video von mir rauskommt. So auch heute wieder. Ja, die Wochen vergehen schnell, 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 aber so ist das nun mal. Total. Ich habe dir heute das Thema, ich sage mal in Anführungszeichen Color Grading mitgebracht. Mich hatte die Firma Dehancer angeschrieben, ob ich nicht mal ihre Software testen wollen würde. Ich war erstmal ein bisschen stutzig und habe mir gedacht, was ist denn das überhaupt? Ich kann mit der Firma Dehancer überhaupt nichts anfangen und hatte in der Vergangenheit auch noch null Berührungspunkte damit. Aber, was die Firma Dehancer ist und was die so macht, was die vielleicht gut macht, was die aber auch schlecht macht, ob man das Programm braucht oder nicht. Ja, und all das geht es heute hier in diesem Video. Ich tauche ein bisschen mit dir ein in die Software. Für mich ist es auch das zweite Mal, dass ich die Software jetzt verwende. Also ich bin noch nicht so ganz tief drin, aber ich denke mal so für den ersten Move, für das erste Review, um einfach aufzuzeigen, was kann die Software, was kann die Software nicht, ist das erstmal vollkommen ausreichend. Von daher freue dich drauf und viel Spaß. Gleich geht's los. Und da bin ich heute auch schon wieder zurück. Ganz klar zum Thema Transparenz. Die Firma Dehancer hat mich angeschrieben. Ja, von daher ist das quasi auch so ein ganz, ganz kleines Produktreview von Seiten des Herstellers aus. Aber ich bin weder gekauft noch gesponsert noch finanziell bekomme ich irgendwie irgendeine Art von finanzieller Unterstützung von der Firma. Die Firma Dehancer hat mir die Software zur Verfügung gestellt und ich darf diese Software auch behalten. Ja, das ist so. Das ist quasi mein kleiner Deal für das, dass ich hier ein kleines Review über die Firma Dehancer mache, beziehungsweise mit der Software darüber. Ich darf mich in meinen Äußerungen vollkommen frei bewegen. Also ich darf hier meine Meinung vollkommen frei äußern, weil die Firma Dehancer natürlich auch unter anderem voneinander lernen will, um vielleicht auch ein bisschen besser zu sein. Also von daher ist es alles meine eigene Meinung, meine freie Auffassung, ob die Software was kann oder eben auch nicht. Also von daher alles gar kein Problem. So, dann würde ich sagen, genug der Laberei, lass uns mal rüber gehen gleich zu Lightroom. Ja, zu Lightroom, weil da starten wir erstmal los. So, machen wir mal einen ganz kleinen Switch rüber. Ich habe dir hier mal ein paar Bilder vorbereitet. Wir werden jetzt nicht im Detail auf jedes Bild eingehen, aber es zeigt einfach ganz gut auf, was die Software so kann. Ich habe die Software mittlerweile installiert, habe sie auch schon eingebunden in mein Lightroom-Katalog, beziehungsweise in mein Lightroom-Programm und ich kann von Lightroom aus rüber switchen zu der Firma Dehancer, um quasi so ein kleines Color-Grading zu realisieren oder einen Film auflegen. Eigentlich geht es ja eher um alte Filme. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir schnappen uns hier einfach mal ein wirklich schönes Foto. Wirklich sehr, sehr gut gelungen. Das war 2022 im Winter. Richtig schön scharf gestochene Augen und auch der Hintergrund hier mit den Balken und alles schön verschwommen. Natürlich das Model, auch erste Sahne, sieht richtig gut aus. Von daher, es war ein cooles Shooting. So, und hier möchte ich jetzt einfach ein kleines Color-Grading vornehmen und das Ganze so ein bisschen auf alt machen. Einfach einen Film drüberlegen, wie man es früher hatte. Als ob ich dieses Bild nicht mit einer Digitalkamera aufgenommen hätte, sondern mit einer Analog-Kamera. Und das ist eigentlich der ganze Zauber von Dehancer, was die anbieten. Ich gehe jetzt hier ganz normal drauf auf Bilder bearbeiten in. Und wie du es wahrscheinlich vielleicht auch schon kennst, gibt es ja jetzt die Möglichkeit, dass du mit diversen anderen Softwaeren dein Bild weiter bearbeiten kannst. Und so auch mit Dehancer. Ich habe hier ein Plug-in für Lightroom und da klicke ich jetzt mal drauf. Da kann ich mir eben diverse Dinge auswählen, wie ich es jetzt machen möchte. Ich möchte hier jetzt natürlich eine Kopie mit den Lightroom-Anpassungen bearbeiten. Es sei auch dazu gesagt, ich arbeite hier mit einer JPEG-Datei. Du kannst das Ganze aber auch mit einer RAW-Datei anwenden. Im Hintergrund wird jetzt eine TIFF-Datei angelegt von meinem Bild. Und wie du jetzt hier schon siehst, gibt es hier schon eine ganz kleine Veränderung. Ich habe jetzt hier quasi ein Color-Grading vorgenommen. Ich sage erst in Anführungszeichen Color-Grading, weil so ein richtiges Color-Grading ist es ja eigentlich nicht. Aber ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mir auszuwählen von verschiedensten Filmprofilen, die es damals so als Film zu kaufen gab. Gibt es wahrscheinlich immer noch. Wie du schon siehst, hier von Anox Color über Aqua Scale bis hin zu einer Fuji Color-Film über Kodak. Fuji Film, Kodak, Kodak, Kodak gibt es sehr, sehr viele. Was ich übrigens sehr cool finde. Komme ich aber nachher noch dazu. Warum, wieso, weshalb? Und ja, bis hier unten Polaroid, Rolai. Also es gibt diverse Einstellmöglichkeiten. Wir gehen jetzt mal auf ein paar ein. Was weiß ich, hier so ein Aqua Chrome ist eigentlich immer ganz cool. Schafft gleich so den, irgendwie so einen Chrome-Look. Sieht auch ganz gut aus. Aber das Ganze gefällt mir jetzt einfach so noch nicht. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen dunkel, habe ich so das Gefühl. Und das Ganze lässt sich jetzt hier an der Seite. Hast du noch diverse Einstellmöglichkeiten. Eigentlich schon sehr, 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 sehr viele meiner Meinung nach. Und ja, da kannst du dich jetzt quasi durchklicken. Und jetzt kommen wir schon zu einem Punkt. Durchklicken. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Weil wie eingangs schon gesagt, Entschuldigung. Ich arbeite das zweite Mal mit dieser Software. Und ich tue mir im Englischen nicht schwer. Aber manchmal mit den Fachbegriffen tue ich mir dann doch schwer. Und hier ist es wirklich tatsächlich so der Fall. Also ich weiß nicht wirklich, wenn ich jetzt hier einen Regler bewege, was mache ich denn überhaupt? Also das ist jetzt hier einfach nur dumm hin- und hergeschiebe. Wo ich dann einfach sehe, ja okay, was passiert denn hier? Und ich habe jetzt nicht wirklich, wie in Lightroom, das Verständnis, dass wenn ich einen Regler anpacke, weiß ich ganz genau, was passiert. Das habe ich hier nicht. Also mir fehlt hier die deutsche Erklärung. Vielleicht kann man es auf Deutsch umstellen. Ich habe es aber ehrlich gesagt nicht gefunden. Weil wenn ich hier auf das Rädchen gehe, finde ich nichts. Vielleicht muss man das irgendwo im Hintergrund ändern. Kann gut sein, dass das möglich ist. Hands off. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe es nicht gefunden. Ich habe nicht gefunden, wo ich hier meine Software auf Deutsch umstellen könnte, um eben einfach ein besseres Verständnis zu haben mit dem, was ich tue. Wenn ich mein Bild im Nachhinein noch ein bisschen fein justieren möchte. Aber du siehst, hier ist wirklich sehr, 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 sehr viel möglich. Also ich kann hier in sämtlichen Rädern drehen. Aber wie gesagt, ich weiß einfach nicht, was passiert. Weil Contrast Boost. Ja okay, ich kann den Kontrast ein bisschen erhöhen. Das macht natürlich Sinn, Sinn, Sinn. Oder Gamma Correction. Den Gamma-Wert ein bisschen korrigieren, ja. Aber ich weiß da nicht wirklich, was passiert. Also das, ja. Ist cool, mit Sicherheit. Aber ich hätte mir dann hier eben noch eine deutsche Version gewünscht. Dann habe ich vielleicht auch ein bisschen besseres Verständnis. Das ist einfach mein eigener Wunsch, wo ich mir dann ein bisschen leichter tun würde. Okay, aber machen wir mal weiter mit vielleicht einem anderen Film. Was ein ganz, ganz cooler Film ist, Kodak. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt. Kodak, da gab es früher die Porta-Filme. Und die sind hier tatsächlich auch drin. Also Kodak Porta mit einer 160er ISO bis 800er ISO. Die sind hier auch drin. Kann man auch auswählen. Und wenn ich jetzt hier mal auf Kodak Porta gehe, dann habe ich jetzt hier wirklich einen Kodak-Porter-Style. Man kann jetzt streiten, ob das wirklich dann so aussieht mit Kodak Porta oder nicht. Also ich sehe eben dieses Rauschen. Grundsätzlich ist überall mit drin. Das scheint dann einfach so ein Grundstyle zu sein. Mal ist das Rauschen mehr, mal ist das Rauschen weniger. Aber grundsätzlich arbeitet die Handser einfach mit den Filmen, die es früher gab. Und die kann man dann hier einfach als Color-Grading oder als, ja, wie soll man das sagen? Es ist eigentlich schon fast ein Preset, den man eigentlich drüber legt. Aber dieses Kodak Porta gefällt mir eigentlich meistens ganz cool. Gerade diese 160er-Style finde ich cool. Und jetzt hast du hier eben die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen fein zu existieren. Mache ich jetzt erstmal nicht. Klicke ich auf OK. Dann landet das bei mir wieder in Lightroom auf der Software, wo wir uns hier jetzt wieder befinden. Und zwar ist das Bild jetzt dann hier gespeichert. Ich gehe mal hier auf meine komplette Galerie, die ich mir einfach jetzt für dieses Video hochgeladen habe. Und da sehen wir schon einmal hier das Bild, wo man hier gleich sieht, mit dem die Handser-Video quasi bearbeitet worden ist. Und das ist jetzt eine TÜV-Datei. Ja, so wurde das jetzt abgespeichert. Und hier haben wir jetzt quasi unsere Retusche bearbeitete TÜV-Datei. Und ich finde es schon eigentlich richtig geil. Also das Rauschen, ja, das ist jetzt natürlich der Style. Und das hat schon was. Also ich finde es cool, um einfach mal eine schnelle Bearbeitung hinzukriegen, finde ich nicht schlecht. Das war das Original. So kann man es natürlich auch hernehmen. Das ist natürlich gestochen scharf hier. Und wenn ich jetzt mein D-Henzer-Filmprofil drüber lege, kann ich das hier ebenso verwenden. Ja, mit dem gewissen Profil und mit dem gewissen Style. Ja, soviel erstmal dazu mit der Bildbeealtung von People-Fotografie. Aber das Ganze funktioniert natürlich auch mit Landschaftsfotografie. Und jetzt ist quasi Premiere mit Landschaften. Habe ich das noch nie gemacht mit der Software. Aber man braucht ja immer gewisse Überraschungen im Leben. Also, lass uns nochmal rüber wechseln. Wieder zu Lightroom. Und ich suche mir hier jetzt einfach ein Landschaftsbild aus, wo ich mal gemacht habe. Ja, vielleicht nehmen wir das hier her. Was war denn das hier nochmal? Ah, das war am Ammersee. Genau, wo irgendwie so aussieht wie in Vietnam. Habe ich damals schon gemeint. Keine Ahnung warum. Aber auch das Foto machen wir mal bearbeiten. In die Hensa. Ja, mit den Lightroom-Anpassungen wollen wir das machen. Dann wechseln wir da quasi gleich rüber. Es wird schon eine TIF-Datei erstellt. Und die ganzen Bilder werden hochgeladen. Und jetzt ist es eigentlich schon ziemlich geil. Ich habe hier mit einem Kodak-Porter irgendwie einen richtig coolen Look, finde ich. Also gerade mit dem 160er. Und da kannst du jetzt hier durchscrollen und sagen, okay, ich möchte vielleicht schwarz-weiß haben. Oder den anderen Kodak-Porter-Style. Oder weiß, der, geier, was alles. Das finde ich einen coolen Look. Kodak Vision 3 kenne ich gar nicht. Aber das hat auch irgendwie einen gewissen Touch. Und hier kannst du jetzt auch wieder sagen, okay, ich will jetzt hier noch gewisse Leger verändern. Aber du weißt ja schon, also ich hätte es mir gerne auf Deutsch gewünscht. Und das ist einfach, man muss damit spielen. Irgendwann weiß man dann wahrscheinlich, okay, was passiert denn, wenn ich wo dran drehe. Aber es sind einfach sehr, 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 sehr viele Anpassungen, die ich mir vornehmen kann. Und ich weiß nicht wirklich, was passiert. Ich lasse das Bild jetzt einfach mal so, wie es ist. So finde ich es ganz cool. Gehe wieder auf, okay. Und da ist mein Bild von Dihanser bearbeitet. Ist auch wieder eine TIFF-Datei. Und das Ganze finde ich eigentlich auch schon ziemlich geil. Wie man jetzt vielleicht hoffentlich sieht, also das Rauschen, was man in Dihanser wahrnimmt, ist dann in der umgewandelten Datei in TIFF tatsächlich gar nicht mehr so stark. Es ist so rauschig, keine Frage. Aber man möchte ja so diesen Film-Look kreieren. Und ich glaube, das war jetzt sogar ein 500-ISO-Film, wo ich da angeklickt hatte. Aber das gibt dem Ganzen schon ein bisschen Touch, oder? Also ich finde es gar nicht mal so verkehrt. Ich bleibe jetzt gerade bei dem Foto hier nochmal. Gehe mal auf Entwickeln. Und jetzt kann man natürlich auch hier wieder vorgehen. Ja, ich muss es nicht in Dihanser bearbeiten. Ich kann auch hier in Lightroom jetzt natürlich auch wieder weitermachen und vielleicht noch ein bisschen die Dynamik erhöhen. Dann wird das Ganze noch ein bisschen krasser. Wenn ich noch ein bisschen an der Belichtung spielen will, ja, gerne. Aber würde ich jetzt bei dem Bild gar nicht machen, weil es soll ja ein Sonnenuntergangsbild sein. Von daher darf es ruhig ein bisschen dunkler sein. Das war jetzt zum Ersten die ganz kleine Vorstellung von der Dihanser-Software. Und wenn dich das Ganze interessiert, kannst du gerne mal auf die Homepage von der Firma Dihanser schauen. Hier auf Dihanser.com kannst du natürlich dir das Ganze mal noch genauer anschauen, was denn die Firma Dihanser alles so macht. Die bietet diese Software auch unter anderem fürs iPhone mittlerweile an. Und noch diverse andere Möglichkeiten. Es gibt hier zurzeit die Chance, dass du dir eine kostenlose Testversion runterladen kannst. Dazu gehst du hier auf den Button und klickst zunächst erstmal, für welches Plug-in du die Software haben möchtest. Wahrscheinlich wird es in den meisten Fällen Lightroom, Classic, Photoshop sein. Dann natürlich mit deiner Software, mit der du arbeitest, Windows oder Mac. Bei mir ist es hier Mac. Und dann das Produkt, was du haben willst. Das ist hier die Dihanser Film für Photoshop, Lightroom und Co. Dann kannst du es hier gleich downloaden oder du kannst hier sagen, Get a free trail. Und dann gibt es hier eine Lizenz für zwei Wochen, die du dann bekommst. Und die kannst du dann in deiner Software quasi hinterlegen und kannst diese dann für zwei Wochen nutzen. Also, wenn du da Bock drauf hast und es einfach mal ausprobieren, klick dich rein, hab Spaß dabei und test es aus. Vielleicht ist es ja sogar etwas für dich und du hast Spaß daran. Fazit zu der Software von Dihanser. Meiner Meinung nach eine ganz coole Geschichte. Wenn man früher mal analog fotografiert hat und jetzt vielleicht den einen oder anderen Bildlook für sich in seiner digitalen Fotografie wieder so ein bisschen aufleben möchte, kann gut sein, dass die Firma Dihanser da wirklich gut an den Grad von den Filmen von damals hinkommt. Ich kann allerdings nicht genau sagen, wie genau sie den Grad erreicht. Von den Filmen von damals. Von dieser Seite her muss ich wirklich ganz klar sagen, ist eine coole Geschichte, um einfach mal einen ganz kompletten anderen Bildlook wieder auf seine Digitalfotografie, vor allem in die Porträts, aber auch in die Landschaftsfotografie zu bekommen. Ich habe eingangs schon mal gesagt, ich kannte die Software bis dato noch gar nicht und sie ist mir jetzt auch relativ neu. Von daher müsste ich mich jetzt wahrscheinlich auch noch viel, viel, viel länger damit einarbeiten, um wirklich sagen zu können, okay, es taugt was oder es taugt nichts. Für den ersten Moment muss ich sagen, ist es wirklich eine coole Geschichte. Ich werde es vielleicht das ein oder andere Mal in meinen Workflow mit einbauen, wobei ich aber auch ganz klar sagen muss, es wird nicht die Software Nummer 1 für mich sein. Es kann es auch gar nicht sein, weil es ist keine richtige Bildbearbeitungssoftware, sondern einfach nur ein Plugin, wo du ein gewisses Preset drüberlegen kannst. Eben mit einem anderen Filmlook von früher, einfach mit einem Filmlook, ja. Ich arbeite weiterhin mit Lightroom und mit Photoshop und die Software von Dehancer werde ich zukünftig vielleicht mal nutzen, um den einen oder anderen Bildlook zu kreieren, wird aber nicht die Software Nummer 1 für mich sein. Von daher Fazit für mich, coole Geschichte, aber kein Must-Have. Wenn dir allerdings das Programm gefallen hat, fühl dich frei, einfach mal die zwei Wochen kostenlos zu testen. Ich denke mal, auf jeden Fall ist es kein Fehler, die zwei Wochen mal zu testen. Schade dir nicht, ne. Von daher, wenn du sagst, der taugt nichts, kann ich nicht gebrauchen, dann lösche es einfach wieder runter. Ja, von dieser Seite war es das jetzt auch schon für dieses Video. Ich will es nicht zu arg in die Länge treiben. Schreib einfach mal in die Kommentare, was du über diese Software denkst. Kannst du es vielleicht brauchen. Daumen hoch, kannst du es eher nicht brauchen. Ja, dann Daumen runter, oder so ein halber Daumen. Da bist du ja vollkommen frei drin. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du nächsten Mittwoch wieder eingeschalten hast und dafür hinterlass gern ein Abo. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao. Ciao.